hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von borderlands 1 wir sind jetzt hier in der grünste festung in unser bestes leicht und jetzt alle kaputt am besten machst du das aufklebt dankeschön gibt neue waffen wo hier liegt was grünes was einsammeln können ich hab ja nichts gefunden das ist schön aber wir haben hier eine truhe gefunden habe ich auch oder ich bin keine waffe bekommen die aber einen richtig richtig ekligen rückstoß des todes hat sirene hier bitte aber dann rede ich schon mit tennys sehr gut oder ein paar antworten ok wo bis hier lang das war so kleiner weg aber hier geht es auch wieder weiter vielleicht doch ein kleines laborieren greife ziel an wo ist man hier hier geht es auch irgendwo gelang oder so geht doch okay wir sind gegner wo du geschützt nass nein weil er verbrennt ist konnte schnitt erschießen so ein käs jetzt wieder hier lasse kannst du mich aufheben ja ja ich hab schon ich hab schon ich muss das geschütze loswerden ist so nervend wenn ich etwas erschießen will schon das verbrennt vorher da noch damit kann ich liebe das fies kaputt und ich hab's überlebt also was will ich mehr was kommen wir jetzt zu euch ja wir haben der rechner gefunden ich tickel gleich darum ich weiß ich hab ja den weg ja schon freigemacht mehr sachen müssen wir machen auch von a nach b von b nach c von c nach d und wenn du bei nz bist auf die a nach a das hat dann der viele knarre nein ja ja gar nicht nur ich schaffe aber es ist ein Lasse kommt hier ach das hätte ich draußen hier vielleicht ist es auch besser habe ich aus der wunderkiste aus der gegend geholt jetzt bin ich wütend da jetzt bin ich wütend aber das ist so unnormal wie diese waffe du hast ihn jetzt nicht getötet oder ich hab ich bin am geschütz ich mach das geschütz kaputt vor dir ich schieße es schon mal so weit an der schweiz das so kräftig ja der hat so mini raketen die losfliegen und nochmal töten der ist übel ok oh guck mal mal was wir panzer war war ich das dumpfe gefühl bräuchten gleich vielleicht raketenwerfer ich habe einen raketenwerfer dabei nicht anders zu erwarten von herr diemen ja als ob hier oben nichts ist als ob man hier nur wieder zurückkommt das ist doch der anfang ja deswegen hier unten war die fluchtbox mhm was ist hier warte 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 kennst du zu spät so einfach nochmal zurückgehen gut ist bis jetzt hat man hier eigentlich relativ guten wird gefunden deswegen gleich am besten nicht einfach einsammeln erstmal so cookie 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 soldat ja cool das ist jetzt aber sie ist besser noch mal besser ich gucke mir das klammer an ich glaub das ist dann team generell munition 3v aufschlagssperrfeuer teammagazin größer Pistole ist kacke wie war nochmal vergleiche mit e gell oh ja ev irgendwie so mhm können wir weiter dann gleich wieder zurück jo jetzt wirds gleich richtig spaßig wieso äh gott kuhn tea party ja ich glaub da draußen schon mehr als genug schüsse gehört und das hat mir nicht gefallen nicht nirg ich fülle nicht nirg No nach im wie dem durch das Team Oh ja, wir sind ja mal richtig klar am Ende. Alter, wir sind so fähig, nicht im Gegenteil. Ja, die ist das auch aber. Na, weil wir am Ende sind, sind das wahrscheinlich jetzt sie. Ich komm zu dir. Wow. Na komm. Ich dachte schon, das steht wieder auf, so. Ich trage mich auf. Ich hab mich umgebracht. Ich trage mich auf. Ich bin schon die Nerd hier. Los auf. Sag doch, die sind böse, die Jungs. War auch jemand dein Medik? Ja, das sind sie. Michael, warte auf uns. Ah, ist gut, ich komm wieder. Wenn diese Waffe zu treffen lassen, ich bin ich von meinem Schuss. Das ist so unnormal wie diese Waffe sprayt. Das ist so schwer. Ja. Ah, klasse. Jetzt brauch ich keinen Angst. Jetzt wollte ich dich aufhebe. Das lag ich selbst auf der Fresse. Ja. Alles gut. Meine Waffe ist doch gut. Ja. Na dann. Nur nicht sprayt halt unnormal, um da was zu treffen. Das ist echt gut. Gut, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Eigentlich außen rum anders. Wir müssen zurück. Ja. Zurück und dann links, rechts. Hier lang bei mir. Könnte man. Aber hier gibt es bestimmt andere Interessen. Okay, ich komm zurück. Zu viele Gegner, gell? Nein, ein scheiß Geschütz. Und das musste ich sein. Es gibt Sachen, die braucht kein Mensch. Wir werden da bestimmt eh noch hin müssen. Vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja auch nur komisch. Wo geht's weiter? Wo Demon liegt. Ich fahr dich zum Mühe, Bruder. Bluuuut! Bluuut! Gib ihn! Gib ihn hoch, ja. Gib ihn hoch, ja. Also du sagst dich nicht vermissen, weil das ist das Gebrült von Demons Charakter, wenn der Ulti aktiviert. Ja, das ist ein F-Trick. Das ist so anstrengend. Das ist auch da auch so anstrengend. Der steht in der Ulti-Situation. Der so. Bluuut! 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 Ich bin bei dir! So, wir müssen jetzt da hin. Ist dann hier noch einer, Wootballett? Da hoch. Hm. Noch eins, oder? Nein, hier ist es. Kann man das nicht öffnen? Ah ja, hier wird es mal angezeigt. Ist abgeschlossen. Wow. Mitte 2, 1, gleich auf geht. Ja, genau. Wow, wow, wow. Warum hast du nicht über die Rehling geballert? Nachschub ist immer gut. Weil Shotgun und so. Ah ja, weil Shotgun und so. Okay, hab's verstanden. Warte jetzt? Wir geht zum Kontrollraum scheinbar. Wir müssen mehr, nee, wir müssen jetzt ganz auf die andere Seite, also hier hinten hin. Ich weiß nicht, ob man mag, sieht. Nein, das ist nur du. Ja, okay. Wieder runter. Bei mir müssen wir hier zum Kontrollpunkt. Lobiert. Also, wir haben die Konsole eins von drei, haben wir jetzt. Oh, eins von drei, erst nach dem Schösschen. Ja, schön. Na gut, ich hab keine Ahnung, bei mir ist es seit bisher nicht. Also, wir müssen jetzt wieder zurück zum Anfang, wo wir rüberkommen sind. Und dann rechts runter in die Ecke. Okay. Aber wir haben hier Fahrzeug, also wir können auch fahren. Mach's nicht besser. Aber einfacher. Aber schneller. Bick dich hoch, ja. Ich heu mich, ey. Ah, okay. Ach. Ich seh meine Maus nicht, ich kann nichts zu machen. Du musst es eins erstellen. What the fuck? Was ist denn das für ein Mist? Ne, hier sind wir falsch. Und hier fallen wir bestimmt runter, oder? Probier ich's nicht aus. Ihr seid, glaub ich, falsch abgebogen. Und jetzt, rechts, links. Ja, ich, 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 ich vergiebe, der war nur Steine. Wow. Ja, ja. Es war mir genau das, was mich ach, eben gerade auch gekekst hat. Na dann. Man muss das nicht verstehe irgendwie, oder? Da, da gibt's bestimmt wieder so einen richtig schönen Bug, oder so. Ich schaff das. Hat ja letztens auch so wehüber geschafft. Da, da kam ich. Roadrunner. Oh, geschützt. Jetzt schaffst du noch mal. No more. No more. One more baby. One more time. ist noch eine ok ja okay wir sind aber schon in die zwölfstadt ja leer ich halte ich mal noch ja während ich halte ich habe jetzt nicht gesagt doch das habe ich abschluss ich glaube wir müssen an computer er hätte das gedacht oder wir müssen einfach mal aus um hoch oder das wurde das macht die tür auf so zwei von drei natürlich wir müssen jetzt weiter zum dritte wo ist ganz unten ja wir kommen hier raus ja guck der andere michael was gleich geludet hat genau ich helde hilf dich im kampf reihe dann kommen wir her mich hier lütet ich habe nicht mal ansatzweise daraus rausgenommen weil das alles schrott war jetzt sicher den markt erstaunt hier ist gerade ganz kurz die markt muss ich jetzt 42 meter sind diese brücke ist jetzt meins über diese brücke muss er kommen oder wie war das diese brücke ist jetzt meins fliegen oder so so nicht wie die wie ich auch nicht wissen weil die doch nicht oder weil du eine sirene wahrscheinlich weil du eine sirene wirst jetzt hast du dich enttarnt nein ich will jetzt nicht was aber das ist dann das viel scheiß jetzt doch Alles beschützt, ist tot. Ach, scheiße. Oh, schreckst du, Mücke. Ja, Mücke, 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 mein gestern. Wir fliegen, das neue Shit. Ich hatte die Mücke aus dem Bett gesteckt. Ja, klar. Na, endlich. Oh, sehr schön, wie die Sachen, dass die Sachen geht, die ich nicht aufsammeln kann. Die choppen erstmal schön auf dem Boden. Das ist doch auch schön. Gott sei Dank. Und weiter geht's. Und weiter geht's. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Beteiligten für den Zusehen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Ok, ciao bei jetzt SiFi 4 Charity vorbei und Tschüss. Bringt man den nicht auf, bringt man den.